Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video Tutorial über learningapps.org. Ich bin Frank und möchte dir zeigen, wie du bei Learning Apps einen virtuellen Klassenraum einrichtest und dann mit anderen kommunizieren kannst. Du wirst sehen, das ist wirklich ganz einfach. Wozu brauche ich einen virtuellen Klassenraum? Ich kann hier Leute aus meinem Kurs einladen und kann dort mit ihnen kommunizieren und Lernbausteine mit ihnen teilen. Und meine Klasse kann selbst in diesem geschützten Rahmen eigene Lernbausteine entwickeln, die dann nicht mit der gesamten Learning Apps Community geteilt werden, sondern nur innerhalb der Klasse sichtbar sind. Ich bin jetzt schon bei Learning Apps angemeldet und wähle im Menüband den Bereich Meine Klassen. Wie du siehst, habe ich noch keine Klassen. Das lässt sich aber schnell ändern. Ich gebe nur einen Namen für meine Klasse ein und klicke auf Klasse erstellen. Und schon ist meine Klasse der Vielfalt angelegt. Sie hat verschiedene Bereiche. Wenn ich den Stift anklicke, kann ich den Namen ändern. Bei Schülerkonten kann ich Accounts für Auseinander anlegen und verwalten. Im Klassenordner kann ich Learning Apps mit der Klasse teilen. Unter Statistik und Aktivitäten kann ich sehen, wer in meiner Klasse aktiv war. Und ich habe die Möglichkeit, Nachrichten an meine Klasse zu schicken. Und mit einem Klick auf den Mülleimer würde ich die Klasse wieder löschen. So, ich möchte erst einmal Schülerkonten für meine Kursteilnehmenden erstellen. Gehe auf Schülerkonten. Weitere Schülerkonten erstellen. Und habe hier einen Bereich, in dem ich die Namen meiner Lernenden eintragen kann. Die Login-Namen und Passwörter werden für sie dann automatisch erzeugt. Ich mache das mal eben. Es wäre natürlich ganz schön viel Arbeit, hier jetzt alle Namen einzeln einzutippen. Zum Glück nimmt mir Learning Apps diese Arbeit ab. Ich habe die Namen meiner Kursteilnehmenden schon in einem Word-Dokument gespeichert und kopiere sie. Ich wähle in Learning Apps Namen importieren und es erscheint ein Textfeld. Hier füge ich die Namen dann ein. Klicke auf Namen importieren und habe automatisch eine vollständige Liste mit Login-Namen und Passwörtern für meinen Kurs. Wenn du nicht die echten Namen deiner Lernenden eingeben möchtest, kannst du natürlich auch Accounts mit Fantasienamen eingeben, so wie ich das hier gemacht habe. Ich speichere das Ganze und kann die Account Passwortliste drucken. Die einzelnen Konten kann ich dann ausschneiden und den Lernenden geben. Wie du siehst, ist bei jeder Kontoinformation ein QR-Code dabei. Dieser QR-Code führt die Lernenden nicht nur direkt zu Learning Apps, sondern meldet sie auch mit ihrem eigenen Konto an. So, meine Klasse ist jetzt eingerichtet. Wie teile ich jetzt Lernbausteine mit den Lernenden? Ich gehe zum Bereich meine Apps und hier erscheint jetzt auch meine Klasse der Vielfalt. Ich kann selbstgemachte oder gemerkte Apps einfach nehmen und in meinen Klassenordner verschieben. Und so sieht der Klassenordner im Moment aus. Es befindet sich nur eine App darin, die von allen Teilnehmenden der Klasse gespielt werden kann. Innerhalb des Klassenordners kann ich noch Unterordner erstellen, wenn ich das möchte. Als nächstes zeige ich dir noch zwei wichtige Dinge. Erstens, was passiert, wenn Lernende in deiner Klasse selbst eine Learning App erstellt haben? Und zweitens, mit welchen Werkzeugen kannst du mit den Lernenden kommunizieren? Also, jemand aus meinem Kurs hat selbst einen Lernbaustein erstellt. Dieser erscheint jetzt hier im Bereich Apps meiner Schüler. Diesen Bereich sehe ich mit meinem Lehrerkonto, alle anderen mit den Schülerkonten aber nicht. Und ich habe wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die App selbst nochmal überarbeiten, das Vorschaubild ändern, die App löschen oder sie für meine Klasse bereitstellen. Das mache ich mal. Wenn ich auf für die Klasse bereitstellen klicke, dann wandert die App in den Klassenbereich, der für alle verfügbar ist. Das heißt, alle in der Klasse können den Lernbaustein jetzt spielen oder in einer eigenen Version weiter bearbeiten. Übrigens werde ich in meinen persönlichen Nachrichten darüber informiert, wenn die Teilnehmenden eine App erstellt haben. Um mit der Klasse in Kontakt zu treten, gibt es verschiedene Wege. Zum einen über die persönlichen Nachrichten. Ich kann im Bereich Meine Klassen eine Nachricht an die gesamte Klasse verfassen. oder im Bereich Schülerkonten Nachrichten an einzelne Personen schicken. Außerdem gibt es ein paar tolle Kommunikationstools, die du unter App erstellen findest. Und zwar hier unten. Es gibt derzeit fünf Werkzeuge. Abstimmung, Chat, Kalender, Notizbuch und Pinnwand. Die Abstimmung eignet sich für Feedback und die Pinnwand für ein gemeinsames Stimmungsbild oder Brainstorming. Ich zeige dir als Beispiel mal die Abstimmung. Das funktioniert genauso wie das Erstellen einer normalen App. Ich gehe auf Neue App erstellen, nenne sie mal Learn-Apps. Aufgabenstellung gibt mir bitte Feedback zu den Learning-Apps. Ich gebe eine Frage ein. Helfen dir Learning-Apps beim Vokabellernen? Ja, sehr. Ein bisschen. Nein, das hilft mir nicht. Den Rest spare ich mir. Ich klicke auf Fertigstellen und Vorschau zeigen. Und jetzt ist unsere Abstimmung fertig. Ich speichere die App und kann sie jetzt mit meiner Klasse teilen und zwar genauso, wie ich dir das in diesem Tutorial gezeigt habe. So, das war unser Erklärvideo zu learningapps.org und wie du mit deinem Kurs virtuell gemeinsam lernen kannst. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich wünsche dir und deiner Klasse viel Spaß beim Spielen, Basteln und Teilen von Lernbausteinen. Ich wünsche dir den ersten Teil des Einen und leise aus denen andern der Klasse enorm movement loslassen. Und dann besывайтесь schon auf unseren Weg zum vlogen. Zum Beispiel in der Regel wieder auf der gratedم fazendo Gain entsteht, der für sich in der cela sieht, ich sehe dafür wie bei einem Beschenken. Über den Klasse wieder in dieser Leideteilung entspricht.